UNTERTITELUNG Juanita. Oh, wow. Ich möchte dich einfach nur glücklich machen, Baby. Darf ich das? Ja. Mama? Mama! Okay, Mom, ich geh jetzt. Kannst du auf sie aufpassen? Oh, ah, nein. Aber ich war seit zwei Tagen nicht auf. Das ist mein einziger freier Abend. Komm, hol dir dein Kind. Ich hab dich lieb, Ma. Ich geh jetzt. Ich arbeite hier schon ungefähr neun Jahre. Ich hab schon drei erwachsene Kinder von zwei Versagern. Aber ich hab nicht mal die Zeit, es mir von Blair Underwood in meinen Träumen besorgen zu lassen. Was ich gern wüsste ist... Könntest du mir 50 Dollar leihen? Was? Ich denke, dass ich vielleicht eine kleine Reise unternehmen werde. Du willst einfach in den Bus steigen und hast überhaupt kein Ziel? Da draußen muss es doch irgendwie noch mehr für mich geben. Ich hätte gern ein Ticket nach Bad. Ich glaube, es heißt Beut. Oh. Könnte ich bitte gebratene Eier und Kartoffelpuffer haben? Das haben wir leider nicht auf unserer Kart. Da wären wir schon bei Ihrem Problem. Das ist immerhin das einzige Restaurant halt und breit und die Leute müssten Ihnen die Tür einrennen. Davon spreche ich, Herr Gottes. Süße Musik. Warum sollte ich dir nicht meine Schürze leihen? Sollen Sie es allen weitersagen? Eine schwarze Lady kocht jetzt im Diner. Hörtest du um Styling oder sowas? Eher sowas. Ich hab dich gern. Aber ich hab diese Reise gemacht, damit ich alleine bin. Und das hier ist vielleicht nicht mein letzter Stopp. Warum kommst du wieder zurück? Dauert noch eine Weile. Mega sexy. Mamacita. Hey, nenn mich nicht Mama, Blair Underwood. Oh, richtig. Ich bin nicht deine Mama. Na klar, nein, ich also... Was ist denn bitte los mit dir? Was ist denn bitte los mit dir? Nein, ich auch nicht. Das war nichts.